Moin Leute, endlich habe ich es nach sehr vielen Versuchen mal die Strecke geschafft. Seht euch einfach an. Ja, endlich. Und da ist die Goldmedaille. Genau, fahren wir mit der nächsten weiter. Das war's. Ja, endlich. Alter, ich habe gerade eine Dreiviertelstunde gebraucht, nur um Gold bei dieser Strecke zu holen. Hey Leute, wenn das mal nicht ein Abo wert ist, nice. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Strecke weiter, oder? Hier seht ihr auch wieder, ich habe relativ oft verkackt. Ich habe insgesamt 15 Minuten gebraucht, bis ich Gold bei der Strecke geholt habe. Und das könnt ihr jetzt sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's doch auch schon. Also falls das für manche jetzt gerade komisch klingt, ich hab das über mehrere Tage aufgenommen, weil ich hab halt keinen Bock eine Stunde so ein Spiel zu spielen am Tag. Also an sich hab ich schon Bock, aber ich find das halt so verschwendete Zeit. Und das Mikro hatte ich halt nur am ersten Tag angeschlossen und bei den anderen Tagen nicht. Und deswegen krieg ich es einfach im Hintergrund. Das werde ich, denke ich, auch so in den nächsten Videos machen. Also seht ihr jetzt die nächste Strecke und die hab ich in... 2000 Jahre später. Und da hatte ich Gold nach 7 Minuten gehabt. so So, auf zur letzten Strecke. Ihr könnt mir in den Kommentaren raten, wie lange ich für die gebraucht habe. Ratet einfach mal. Ja. Los geht's. Genau, das war's schon mit diesem Video. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass gerne ein Abo da, um diesmal diese schönen Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bei den nächsten 5 Strecken. Tschüssi.